Thomas, kennst du das eigentlich, wenn man nach dem Sport seit drei Monaten nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen ist, weil man faul ist wie sonst was? Leon hat einen Chip. Leon hat deinen Chip und das ist deine Ausrede. Du wusstest letztes Mal nicht mehr, wo der ist. Ja, weil Leon den hat. Leute, können wir vielleicht 20.000 Daumen nach oben auf dieses Video bekommen, damit ich mit Thomas wieder zum Sport gehe? Weil der Junge ist echt fett und hässlich geworden, außerdem duscht er sich nicht mehr und das war das einzige, wo ich ihn im Fitnessstudio hätte sauber machen können. Wunder! Ja! Revi-Memes! Wuhu! Edition 923! Einen großen Applaus für Revi-Memes! Ja! Auch damit, auch damit habe ich gesagt. Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Schandshow auf YouTube. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Revi-Memes. Ihr habt tatsächlich, obwohl ich jetzt schon mehrfach darum gebeten habe, nicht aufgehört Memes von mir zu erstellen, die unter ihr, die schlecht sind. Yes! Dementsprechend, meine Freunde, bin ich euch auf jeden Fall an der Stelle dankbar, weil ich natürlich für das heutige Video wieder keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Da dachte ich, bedienst du dich doch einfach mal wieder, wie man das von mir kennt, am Content deiner Community, um daraus selber monetär mehr Wert zu schöpfen. Das habe ich richtig gut gesagt. Alter, Mad Respect, wo ist mein Pulitzer-Preis? Wo ist... Thomas, wo ist mein Pulitzer-Preis? Junge, ich hasse den Jungen so. Beginnen wir mit dem ersten Meme, wo auf jeden Fall wieder eine Menge, ha, 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 und hihihi, bei Rom kommt. Und zwar haben wir hier ein Meme mit unserem Part von mir. Und wie war der Wochenende? Wieder ein sch**z hart zu kurz. Herrlich, diese Stille. Da hört es auch schon wieder auf, für mich lustig zu sein, beziehungsweise... Pikkeswitze. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine Freunde, ist denn gerade 1994? Ich glaube, da hat gerade jemand versucht, sich über das ISTN-Modem einzuwählen. Es ist das Jahr 1994, es hätte gern die Pikkeswitte zurück. Krank lustig. Pikkeswitze machen mich betroffen, weil ich keinen habe. Nächster Witz. Meine Freundin hat gesagt, dass der Sex im Urlaub ist viel besser als zuhause. Ziemlich traurig, die Postkarte eigentlich. Okay. Not that bad. Ich finde es wirklich lustig, obwohl es eigentlich ziemlich traurig ist, aber... Ja, meine Mimik passt wieder dazu. Friese sitzt. 10 von 10 für dieses Meme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe 9 von 10 Macaroni-Sternen, Alter. Ist echt stark, wirklich. Finde ich ganz gut. Finde ich gut. Habe ich gelacht, habe ich gekichert. Ha, ha, ha. Nice eigentlich. Weiß der? Nein, aber er kann dich auf andere Art und Weise verletzen. Thomas ist der wahre Star des Kanals. Was soll das denn? Hast du das selber gemacht oder was? Nein. Hast du das selber gemacht? Nein. Das stimmt nicht. Thomas ist nicht der wahre Star des Kanals. Ihr habt mich abonniert und nicht Thomas. So, Alter. Thomas, jetzt setz dich wieder da hin und schneid deine Videos, Alter. Setz dich hin und kenn deinen Posten. Mann. Habe eben auf Facebook auf alle Freunde Anzeigen geklickt. Hoffentlich landen sie an dem Knast. Ist das stumm? Oh mein Gott, tut das weh, Alter. Oh Mann, diese Flachwitze, Digga. Ja, keine Ahnung. Da passt aber auf jeden Fall auch wieder der Blick von mir. Der letzte Sohn. Hoffentlich landen sie alle im Knast. Ja. Mad Respect Team Insta. Da musst du dich auf jeden Fall lachen. Es wäre so geil, wenn es diese Funktion bei Facebook gibt. Du kannst einfach eine Anzeige über Facebook machen. Ey, ich hätte so viele Leute für ihre Scheiße weggesperrt. Für ihre Rechtsreibung oder für Schwangerschaftsbilder. Oder für Bilder von ihren kleinen hässlichen Kindern. Oder dafür, dass die am Saufen sind oder Gymbilder. Was ist das, Thomas? Ich fand das witzig. Warum ist das da drin? Warum hast du das da reingemacht? Das ist einfach witzig. Du hast es einfach lustig gefunden. Ja. Du hast es selber da reingemacht. Das ist nicht mein Redimeme. Das bin einfach ich. Ganz normal, so wie ich aussehe. Findest du es witzig, dass du aussehe? Du bist ein Meme. Ich bin kein Meme. Ich bin kein Meme. Ja, keine Ahnung. Quasi Moser hat angerufen. Mir wird gern zurück auf den Glockenturm. An der Stelle, ich glaube, also wenn man jetzt hier 1 zu 1, das sieht aus wie Quasimodo, ja. Nice, danke dafür, Thomas, danke dafür, liebe Community. Allein zu Hause, Gedanke-Party-Party-Realität mit offener Tür pinkeln. Tatsächlich nicht, ich schaffe immer mit offener Tür, stehe aber gar nicht im Raum drin, sondern habe halt so kleine, ich habe so eine Murmelbahn, Leute. Und dann mache ich dann drauf und das rollt dann ins Klo hinein. Ist sauspannend, kann ich auf jeden Fall echt nur empfehlen. Wenn ich dann nochmal mal sturmfrei habe, hüpfe ich auf sämtlichen Betten rum. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Nachbarn, da gab es schon öfter Ärger für, weil ich dann halt bei denen eingebrochen bin, auf dem Bett gesprungen bin. Bin ein sehr stressiger Nachbar, ja. Aber tatsächlich, wenn ich allein zu Hause bin, liege ich meistens einfach im Bett und schaue eine Serie und schlafe innerhalb von 20 Minuten ein, mein Leben. Ich finde, wir sollten einführen, dass du ab jetzt täglich kochst. Du führst in nächster Zeit erstmal gar nichts ein. Thomas, das hatten wir schon. Nein. Das hatten wir schon. Dieses Meme habe ich schon mal gesehen, ich lache nicht, Thomas. Das hatten wir schon. Nein. Doch, das hatten wir schon. Ich google jetzt, wie alt das ist. Okay. Mach weiter, ne? Okay, 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 okay. Jodys Blick passt aber auf jeden Fall, du führst in nächster Zeit gar nichts mehr ein. Und es sieht aber auch so ein bisschen aus, als wäre ihr gerade etwas eingeführt worden. Man weiß es nicht. Herr Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Zehn. Zehn was? Tage, Wochen, Monate? Neun. Ja, passt perfekt einfach. Passt perfekt. Passt perfekt. Herr Doktor, wie lange habe ich zu leben? Zehn was? Tage, Wochen. Warte, ich mache es mit der Palutenstimme. Zehn was? Tage, Wochen, Monate, Herr Doktor? Uiuiuiui. Neun. Ja, passt auf jeden Fall. Mad Respect dafür. Revirra, Zehn von 32. Finde ich lustig. Haha, geil. Eine Woche ist es eigentlich. Stopp. Das habe ich schon mal gesehen. Beiseite mit dir. Wieder. Wie konnte ich mich nicht zwischen Hallo und Morgen entscheiden? Hey, Mollo. Was? Ich konnte mich nicht zwischen Hallo und Morgen entscheiden? Wuppel sagt mir Hey und ich sage Mollo? Hallo und Morgen ist Mollo? Was ist das denn, Alter? Mollo. Ich fühle mich irgendwie sau unangenehm, wenn ich das sofort so lese und ausspreche. Das gefällt mir gar nicht. Ne, finde ich nicht gut. Mollo finde ich nicht witzig. Ne, mag ich nicht. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen, Sebastian Hausmeister. Warum bin ich der Trottel in dem GIF? Warum nicht Petrit? Guckt euch Petrit an. Guckt euch Petrits Mimik an und dazu meine. Es hätte bei Petrit viel besser gepasst. Aber wisst ihr, warum es keine Petrit-Memes gibt? Weil Petrit ein irrelevanter und unlustiger und hässlicher Vogel ist. Im Gegensatz zu mir. Der ein geiler, erfolgreicher, im Leben stehender YouTuber ist. Mit vielen Leuten, die ihn mögen und ganz lustig auch ist. Das bin ich. Ne. Du kommst mir vor wie Löwenzahn. Du kommst mir vor wie ein Löwenzahn. Wieso? Naja, einmal kurz geblasen und der ganze Samen ist weg. Och Gott. Och Gott, Alter. Ich kriege wirklich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wenn ich sowas lese. Ist doch nicht lustig. Erstmal kann man Löwenzahn nicht wegpusten, weil das diese verkackte gelbe Blume ist. Was du meinst, ist eine Pusteblume, die sich irgendwann vom Löwenzahn zur Pusteblume entwickelt. Warte mal ganz kurz. Stopp. Das müssen wir jetzt wissenschaftlich ganz kurz aufschlüsseln. Die Pusteblume ist eine Form der Pflanze gewöhnlicher Löwenzahnscheiße. Ja, aber das ist ja in der Theorie, wenn ich an Löwenzahn denke, denke ich an diese gelbe Kackblume und nicht an den Pustekack. Das Meme funktioniert so nicht. Nächstes Scheiße. Darf ich Ihnen den Stuhl nach vorne schieben? Sebastian Gentleman fragt höflich nach deinem Hals. Oh Gott, das habe ich auch schon mal gesehen und ich fand es wirklich lustig. Darf ich Ihnen den Stuhl nach vorne schieben? Ja, ich weiß nicht. Wenn halt dann die Frau Ja sagt, kann man dann tatsächlich oder der Mann, je nachdem, was man dann präferiert, kann man dann oder ich weiß, also ich glaube, das ist so ein Ding, wo man für ein Gefängnis landet. Kannst du das, wenn man nach dem Sport, nein, doch das kenne ich. Thomas, kennst du das eigentlich, wenn man nach dem Sport seit drei Monaten nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen ist, weil man faul ist wie sonst was? Leon hat einen Chip. Leon hat deinen Chip und das war eine Ausrede. Du wusstest letztes Mal nicht mehr, wo der ist. Ja, weil Leon den hat. Leute, können wir vielleicht 20.000 Daumen nach oben auf dieses Video bekommen, damit ich mit Thomas wieder zum Sport gehe? Weil der Junge ist echt fett und hässlich geworden. Außerdem duscht er sich nicht mehr und das war das Einzige, wo ich im Fitnessstudio hätte sauber machen können. Der Junge braucht regelmäßige Pflege. Kinokarten. Zwei Kinolaten bitte. Für den Hobbit? Eigentlich ist das für meine Freunde. Oh, zwei Kinolaten. Lol, Kinokarten. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das passiert halt ganz oft, wenn man mit Paluten tatsächlich in den Film geht. Dann fragt man halt für den Hobbit und nein, eigentlich ist das mein Homeboy Paluten. Paluten ist nämlich sehr klein und haarig, müsst ihr wissen. Also abgesehen davon, dass im Gesicht nicht so viele Haare hat. Aber das habe ich ja auch nicht. Das passt schon. Let it cringe. Let it cringe. Wieso habe ich eine Waffe in der Hand? Das finde ich geil. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin älter mit einem geilen Schnurrbart und habe eine Gun in der Hand. Ich bin der heftigste YouTuber. Was soll man machen, oder? Was soll man machen? Ja, wahrscheinlich wird sich jeder andere das Leben nehmen, wenn er sowas über sich sieht. Aber ich sehe das als Appreciation an, Leute. Ich sehe das als Appreciation und weiß, dass tief in eurem Innern, halt auf die Fresse. Ich habe letztens dem Postbote eine reingehauen. Ich meine, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Der kam ja ganz unerwartet Postbozenwitze. Ganz kurz. Ja. Wer ist da? Das Jahr 1984. Thomas, das Jahr 1984. Die wollen ihre Telefonwitze zurück und Postboten. Du, das spiel doch mit, Mann. Nächstes. Thomas, der Star des Kanals. Ich glaube, es hackt. Dieser Moment, wenn deine Eltern in dein Zimmer kamen und du den Film guckst, wo gerade eine Bett-Szenen kommt. Was? Wo gerade eine Bett-Szenen kommt. Aua, mir wird übel bei dem Deutsch. Oh, mein Bauch. Ja. Wer kennt es nicht, wenn man reinkommt und sich gerade Ikea-Videos anschaut und dann sind da Betten. Das Müllhörler-Bett zum Beispiel. Und man sieht nur dieses Bett und die Eltern kommen rein und du guckst so. Relatable, oder? Relatable. Total relatable. Oder wenn Schlafcouch-Szenen kommen. Oder Tisch-Szenen. Oder Schrank-Szenen, Leute. Boah. Sämtliche Möbelstücke filmen. Da werden Eltern schnell aggressiv. Oder geht es vielleicht darum, was auf dem Bett passiert mit diesem Meme. Ich verstehe es nicht genau. Wir sind am Ende angekommen und sind gerade mal bei 11 Minuten, Thomas. Klasse Leistung, wirklich. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal für dich, dass das jetzt ausreicht, damit dieses Video nicht nur bei 10 Minuten 15 ist, damit mich nicht wieder irgendwer dafür outcallen kann. Und wenn es so ist, dann ist das Thomas' Schuld und nicht meine, weil ich strecke die Videos nicht. Weil er es nicht gebacken bekommt, das im Schnitt so Unterhaltern zu gestalten, dass es für euch mehr als 10 Minuten ergibt, meine Freunde. Ja, hallo? Bitte? Thomas? Ja. Das Video ist jetzt 11 Minuten 29 im Roh. Was können wir daraus machen? Tschüss. Christoph, 12 Minuten. Hallo? Hallo? Telefonwitze. Immer wieder ein Bringer. Meine Freunde, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dabbt euch auf jeden Fall durch die Natur. Ich habe wieder eine Community-Aufgabe für euch. Und zwar, Leute, möchte ich, dass ihr jetzt mal witzige Memes erstellt. Krasse Aufgabe, ich weiß. Versucht es doch einfach mal. Vielleicht kriegen wir es bis zum nächsten Mal hin. Lass 20.000 Likes da und ich gehe Thomas im Fitnessstudio endlich waschen und mache davon ein Video. Wirklich. Und ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, macht's gut. Tschüss, ne?